Mit dem Begriff Zuhause verbinde ich Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, Zwillingsmädchen und eine ganz tolle Frau. Und Zuhause bin ich eigentlich am allerliebsten. Zuhause ist eigentlich immer was los. Ist auch ein Ort der Ruhe, aber auch häufig ein Ort des Aufruhrs, weil mit zwei Kindern ist eigentlich immer Action in der Hütte. Und Zuhause ist eigentlich der Ort, wo ich am allerliebsten bin.